Wir haben gewonnen. Ja, ja. Nur ist Handel kein Fußballspiel, da geht's nicht ums Gewinnen. Natürlich. Wir haben mehr Schüsse als die anderen. Also mehr Überschüsse. Wir bringen beim Gegner mehr Waren unter als der bei uns. Beim Welthandel geht's nicht um Gewinnen und Verlieren. Ja, worum denn dann? Wir stehen doch schließlich im internationalen Wettbewerb, nicht wahr? Richtig, mit unseren Handelsgegnern. Das heißt Handelspartner. Richtig. Handelspartner. Ein Partner, den bekämpft man nicht und will man auch nicht besiegen. Sie kennen meine Frau nicht. Hören Sie mal zu. Nein, nein. Das ist ja wirklich albern. Das ist ja wirklich albern. Warten Sie das. Ist doch albern. Also, hören Sie mal. Beim Handel, da geht es um Geben und Nehmen. Da spielt man zusammen. Sie wollen meiner Frau einen Ball zuspielen, das halte ich für einen Riesenfehl. Okay, so. Merken Sie nicht, dass dieses Fußballbild nicht stimmt. Sie brauchen beim Handel einen Gegenüber, damit Sie überhaupt Erfolg haben können. Na, natürlich brauche ich einen Gegenüber, um ihn zu besiegen. Das ist ja wie im Kindergarten hier. Weißt du was? Kommen Sie mal mit. Was? Wohin denn? In den Kindergarten. In Ihren Betriebskindergarten. Was? Hören Sie mal, ich bin der CEO. Einer der größten Automobilkonzerne der Welt. Was bitte soll ich in eine Wippe? Eine Wippe? Wer oben ist, wer zuerst oben ist, hat gewonnen. Oh, verdammt. Sehen Sie? Sie brauchen einen Gegenüber, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Wie beim Welthandel. So, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie sind Deutschland. Ja, und ich bin so, sagen wir mal, Ihr Handelspartner, die EU. Und dann fangen wir an zu handeln. Und los. Oh, ist das schwer mit Ihnen einzusteigen in den Handel. Okay. Und los. Gewonnen. Verdammt. Gewonnen. Verdammt. Gewonnen. Stopp, stopp. Jetzt mal. Sehen Sie, so funktioniert Handel. Und am besten ist es, wenn dies im Gleichgewicht ist, dann kann man nämlich von, nicht sehen Sie, von Augen zu Augen auch die Waren austauschen. Ja, das würde ich sagen, machen wir mal. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie Welthandel aus meiner Sicht funktioniert. Hallo Sie, Sie da. Ja, was machen Sie überhaupt noch hier? Meine Leiharbeitsfirma hat mich als Putzfrau hier in den Kindergarten... Herr Zwetschke, was machen Sie denn auf dieser Kinderwippe? Ich sitze auf einer Auftragsspitze. Keine Ahnung vom Welthandel, die Frau. Geben Sie mir mal die Container da, nicht wahr? So, ich hätte da ein paar fantastische deutsche Automobile im Angebot. Großartige Technik, nicht wahr? Und dann noch ein paar deutsche Maschinen, besonders günstig zurzeit. Möchten Sie vielleicht noch einen SUV? Nein, vielen Dank, vielen Dank. Jetzt müssen Sie mir erst mal was abkaufen, damit ich wieder Geld habe, um Ihnen wieder was abkaufen zu können. Was wollen Sie von mir? Metalle, Computer? Sehen Sie, wir Deutschen halten Importe eher für ein Zeichen von Schwäche. Vielleicht noch einen Lastwagen? Nein, nein, nein. Kann ich Ihnen nicht was anbieten? Also sagen wir mal, Oliven, Lebensmittel, Wein? Nein, Lebensfreude. Ich bin Deutscher, was soll ich damit? Okay. Kann Sie mal schieben. So funktioniert das nicht. Sie müssen... Oh, stimmt. Wann Sie, überlegen Sie doch mal genau. Gibt es denn nicht irgendwas, was Ihnen Freude machen könnte? Doch, von hier oben auf Sie runterzuschauen. Möchten Sie vielleicht noch ein paar medizinische Geräte, nicht wahr? Absolute Spitzenqualität. Gut, die sind allerdings wirklich gut, aber bei mir ist das Geld ein bisschen knapp und ich kann... Gar kein Problem. Wir leihen Ihnen was. Ach, das ist sehr freundlich. Dankeschön. Ja gut, dann nehme ich diese medizinischen Geräte, bitte. Na, sehen Sie, das ist doch eine tolle Anschaffung. Dankeschön. So, vielleicht noch ein SUV? Nein, 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 vielen Dank. Können Sie nicht einfach mal Ihren Arbeiter denn jetzt zunächst mal ein bisschen mehr Geld geben, damit die im Prinzip bei uns dann ein bisschen was wieder abkaufen können? Ich könnte Ihnen noch weniger Lohn geben, dann könnte ich noch billiger produzieren und dafür noch mehr Sachen ins Ausland verkaufen. Na, jetzt wie wär's? Noch ein Lastwagen. Nein, nein, nein. Ich, bitte, ich kann nicht mehr. Verdammt, mein Weltmeistertitel ist in Gefahr. Was können wir denn da machen, Frau Leiharbeiterin? Vielleicht geht es... Richtig, wenn Sie gehen. Sie sind gefeuert. Machen Sie das die Rausgabe. Was? Ja, gucken Sie nicht so mitleidig. Wenn Sie mir mehr abkaufen würden, dann könnte ich Sie vielleicht weiter beschäftigen. Was? Jetzt bin ich schuld? Ja, bin ich vielleicht schuld, dass Sie nicht hochkommen? Ja, weil Sie zu viel zu billig verkauft haben, was Sie nur geschafft haben, weil Sie Ihren Arbeitern Löhne zahlen, von denen, die nicht leben können. Ach, das ist doch Unsinn. Wir Deutschen, wir stellen... Hörte auf doch. Das ist doch Unsinn. Ja, hören Sie, hören Sie. Hören Sie sich das an. Arme Schöne. Alles Ökonom. Ja, Rumput. Rumput. Wir Deutschen. Ja, jetzt kommt. Wir Deutschen, wir stellen Qualitätsprodukte her. Die muss man einfach haben. Ja, wir können an den Überschüssen überhaupt nichts ändern. Oh, damals, Agenda 2010, die Löhne gesenkt, dann sind die Überschüsse nicht gestiegen. Da haben Sie ja am Export auch was drehen können. Ich lasse mich nicht belehren von jemandem, der so über seine Verhältnisse lebt. Schauen Sie mal, was Sie hier alles für Sachen haben. Hören Sie, das sind alles Sachen, die ich Ihnen abgekauft habe. Ja, und deswegen sind Sie jetzt völlig verschuldet. Die war EU, 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 EU. Was ist denn, Deutschland? Hat wieder jemand drei Euro zu viel ausgegeben? Ja. Da, mein Gegenüber. Total verschuldet. Die war? Unglaublich, so was. Was, ein blauer Brief für mich? Was soll das denn jetzt? Ja, Ihre Überschüsse haben die Grenze von drei, sechs Prozent übertroffen. Und jetzt müssen Sie nach den EU-Regeln ein Gleichgewicht zwischen Import und Export anstreben. Also hören Sie mal, ich bezahle den ganzen Laden hier. Ich lasse mich doch nicht von einer EU-Politesse Mars regeln. Der hat gegen die Regeln verstoßen. Ja, ich habe auch gegen die Regeln verstoßen. Ich habe auch über... Aber Sie, schauen Sie mal, Sie haben mit Ihrem Überschüsse eben auch gegen EU-Regeln verstoßen. Ach, Sie wollen das doch nicht auf eine Stufe stellen, was? Oh, und ob ich das will. Schauen Sie mal, Ihre Überschüsse sind meine Schulden. Ich bin unten, weil Sie oben sind. Das ist doch Unsinn. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das sieht man doch. Kann bitte irgendjemand diesem Idioten ein bisschen Ökonomie erklären? Was soll ich denn das tun? Ah. Was? Jetzt werden Sie sich aber umschauen. Pass auf, Deutschland. Es ist Zeit für Martin. Sehr gut, sehr gut. Erklären Sie ihm gleich mal, was Sie von den Überschüssen halten und dann sagen Sie ihm, wie unsolidarisch er sich gegenüber seinen europäischen Handelspartnern verhält. Am besten ich sage, was ich letzte Woche von den Arbeitgebern gesagt habe. Ah ja, nur zu. Ich will Kanzler werden. Nein, nein, das andere. Ich halte die Kritik an den deutschen Handelsplansüberschüssen für falsch. Wir sind erfolgreich und werden uns weiterhin bleiben. Meine Antwort auf die Vorwürfe der deutschen Handelsplansüberschüsse sind, ist, wir werden noch stärker werden. Was? Brav, Martin. Ah, ein Leckerli. Ein Keks. Bitte, gibt es irgendjemanden, der den da von oben runterholen kann? Ah, Monsieur Macron, Monsieur le Président. Woran haben Sie mich erkannt? An Ihrer Frau. Glückwunsch übrigens. Ich habe gehört, dass Sie jetzt auch den Franzosen so einen ordentlichen Niedriglohnsektor verpassen wollen. Na, wie war das richtige Wort? Dass Sie reformieren wollen? Oui, Deutschland ist für uns ein großes Vorbild. Wir werden nun die Löhne senken, damit unsere Produkte billiger werden und wir mehr exportieren können. Ja, wunderbar. Moment mal, soll das heißen, Sie wollen uns keine Waren mehr abkaufen? Hallo, ja, ich finde Ihre Überschüsse nicht mehr tragbar. Ja, da sagen Sie was. Kommen Sie bitte, irgendwem von uns müssen Sie doch jetzt irgendwas abkaufen. Was, ich soll es mir besser gehen lassen, damit es euch besser geht? Das können Sie vergessen. Zum Beispiel hier Champagner oder sowas. Möchten Sie nicht sowas haben? Sie müssen lernen, das Leben zu genießen. Ja, auf gar keinen Fall. Lebensfreude kommt nicht in Frage. Okay. Wissen Sie was? Sie müssen uns jetzt bitte was abkaufen, weil sonst sind wir irgendwann pleite. Und weniger Konkurrenz. Hören Sie, wenn wir abstürzen, dann stürzen Sie auch ab. Nein, klar, nein. So läuft das nicht. Sie haben überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft. Warum ist das nur so schwer, jemandem, der glaubt, gewonnen zu haben, zu erklären, dass er einen Fehler gemacht hat? Verdammt, setzen Sie sich sofort wieder da oben drauf. Nix, vergessen nicht. Nix, keine Chance. Sie setzen sich jetzt sofort wieder da oben drauf. Was wollen Sie denn ohne mich machen? Wissen wir, was wir ohne Sie machen? Konsumieren. Champagner? Oh, sehr gerne. Ich würde sagen, Champagner für alle. Moment mal, Moment mal. Champagner, den habe ich meinen Arbeitgeber vom Mund abgeschwarten. Und hepp. Jawohl. Das könnte ich nicht sein. Und hepp. Jawohl. Kommt Sie schon. Und noch ein. Jawohl. Und weil ich gerade dabei bin. Und wunderbar. Ein aber noch, ein aber noch Champagner für alle. Lassen Sie es sich gut gehen, meine Damen und Herren. So. Das war die Anstattung. Heute mit Philip Weber, Anni Hartmann und Arnold Darding. Lassen Sie es sich gut gehen über den Sommer. Vielleicht eine kleine Investition. Wie dann? Ja, jetzt aber. Ja. Das war die Anstattung. 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 Vielen Dank.